Hamburg war schon immer meine Wunschstadt, also ich wusste immer, ich will unbedingt in Hamburg wohnen. Das Besondere ist ja, ich wechsle so ein bisschen die Abteilung und bin jetzt gerade in der Personalabteilung eingesetzt und arbeite da im Young Talent Team mit. Es ist für uns ganz besonders wichtig, dass man Interesse daran hat, Dinge bewegen zu wollen. Und dabei manchmal auch über sich selbst hinaus zu wachsen. Man kann sehr eigenständig arbeiten und bekommt eben schon früh viel Verantwortung übertragen. Man arbeitet an echten Themen, die einfach relevant für Chivo sind. Gerade dieses jede Woche eine neue Welt, was irgendwie auch für Dynamik und Wechsel eben steht. Chivo legt auf jeden Fall Wert auf Work-Life-Balance. Das ist schon ein Teil meiner Freizeit auf jeden Fall. Wir haben ja immer drei Monate Uni, drei Monate Arbeit. Also für mich war das das perfekte System. Ich habe mein drittes Semester in Hongkong verbracht. Das wurde von Chivo unterstützt, also sowohl in der Organisation, aber auch eben finanziell. Wir investieren einfach natürlich auch sehr viel Zeit und Leidenschaft in die Ausbildung eines jeden Einzelnen. Also wir gucken da schon auch auf das Individuum. So, da steht bei Chivo ab an teilreiche Möglichkeiten und Vorteile, vor allem eben diese enge Betreuung. Das ist auch das Spannende an dem Job, dass man ein bisschen Wegbegleiter ist auf dem Weg ins Berufsleben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch eben nach Abschluss meines Studiums bei Chivo zu bleiben und auch langfristig hier meine Karriere zu machen.